Rund ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt. Wem gehört diese Fläche? Knapp die Hälfte der Waldflächen befinden sich in Privatbesitz. 29 Prozent sind Eigentum der Länder. Und rund 19 Prozent gehören Städten und Gemeinden. Etwa vier Prozent der Wälder sind Bundeseigentum. Insgesamt gibt es rund 1,8 Millionen private Waldbesitzer in Deutschland, denen durchschnittlich 2,5 Hektar gehören. Der Waldbesitz ist also in viele kleine Parzellen unterteilt.